Hallo und herzlich willkommen zu meinem Kanal und zu meinem neuen Video. Ich bin sie Pamela schön dass ihr eingeschaltet habt. Ich habe heute ein Adventskalender Unboxing und zwar von der Goodiebox und wenn euch das gefällt dann bleibt doch bitte dran. Ich werde jetzt gleich mal die äußere Hülle runter geben. Laden zum Vorschein. Alles in diesen schönen Grün gehalten. Also alles in einer Farbe. Passt heute sogar super zu meinem Outfit und zu meinem Lidschattenlook. Und dann kann man die Laden hier so öffnen. Und so schaut das aus. Hier sind die Laden einfach so drinnen mit kleinen Schächtelchen. Genau. Ich ziehe sie mal alle raus, dass ich nicht immer auf zu auf zu machen muss. Und der Adventskalender kostet 119,95 auf alle Fälle. So und ich nehme hier mal das erste Türchen raus. So aus. Und was haben wir da versteckt? Von Symbiosis London. Eine Kollagen und Isodecane. Instant Perfect Primer mit 30 Milliliter. Ich hoffe man hat das gut gesehen, weil weiß ist ja immer so ein kleines Problemchen, dass es vielleicht nicht so gut belichtet wird oder überbelichtet wird. So die Nummer 2. Das ist ein bisschen ein größeres Paket. Aber ist nicht voll gefüllt. Also es ist nur so ein kleiner Tiegel. Und das ist die La Rosé. Eine Reparaturcreme. Steht doch irgendwas. SOS Repair Balm. Ist das dann ein Lippenbalsam? Oder generell ein hautreparierender Balsam? Ja, das mit dem Weiß ist immer so. Nummer 3 ist ein relativ großes Türchen und wirklich groß. Da hat jetzt irgendwas gescheppert. Schauen wir mal was da drinnen ist. Das ist cool. Trockenshampoo von eCooking. Das habe ich auch fast schon aufgebraucht. Das ist eigentlich... Achso, ich bin blöd. Nicht das trockene Shampoo. Ein Haarspray habe ich vom eCooking. Nein, das habe ich nicht. Oh ja, in der großen Verpackung. Das war so ein großer Spray. Genau. Da haben sie aber... Das wäre sich da nicht ausgegangen. Deswegen haben sie sich eine kleinere Packung reingemacht. So, die Nummer 4 ist in der ersten Lade drinnen. Das schaut so aus. Also von außen schauen sie eigentlich eh fast alle gleich aus. Die Kartönchen. Und da haben wir von Scon ein Face Scrub drinnen. Dazu kann ich nicht wirklich was sagen, aber ich mag die Marke Scon. Ich hatte da schon mal ein Haarschampoo und auch eine Nachtcreme und die war richtig gut. Und das kann ich nicht oft behaupten von Produkten. Sogar es sind zwei Produkte von einer Firma. So, die haben dann ein richtig breites, großes... Eine breite, große Verpackung. Und da ist Smooth Maske. Melting Mud Cleansing Mask 3 in 1 Formulierung drinnen. Und das ist so eine Waschcreme. Also auch in Verbindung mit einer Maske. Und das habe ich schon einmal komplett aufgebraucht und habe es auch noch zweimal im Bäcker. Die Nummer 6 ist gleich oberhalb. Auch in der ersten Lade. Ah, da haben wir so ein Deo drinnen. Das habe ich schon mal in rosa gehabt. We Love Deodorant Vegan. We Love The Planet. Lucious Lime. 48 Gramm, 40 Milliliter. So schaut das aus. Ich hatte das eben in rosa und habe es auch aufgebraucht. Also war nicht schlecht. Hier ist in der zweiten Lade drinnen. Auch genauso groß wie die Nummer 3. Und da haben wir, das haben wir drinnen gehabt, von Marie Stella Maris. Ein Body Wash. Also eine Waschcreme, also ein Duschgel, dass ich es noch rauskriege. Ein Duschgel ist das. Kann ich aber noch nichts dazu sagen. Habe ich noch nicht getestet. So, Nummer 8. Haben wir in der ersten Lade. Schaut so aus. Und da ist auch noch ein kleines Tiegelchen drin. Also ein kleines von Paese Brow Gel, würde ich sagen. So schaut das auch. So ein durchsichtiges Gel. Das wäre für mich ja sowieso gar nichts. Also mit dem könnte ich überhaupt nichts anfangen. So die Nummer 9. Da haben wir einen Pinsel, würde ich sagen. So was haben wir da für einen Pinsel. Von Nireh. Von Nireh. Instabrow. Also das ist so ein Augenbrauenpinsel. Da haben wir einen Spoolie. Und das ist eben der Pinsel. Ja, haut mich jetzt nicht vom Hocker. So einen Augenbrauenpinsel habe ich schon sehr oft zu Hause. So die Nummer 10 haben wir in der zweiten Lade. Ganz unten. Jetzt haben wir das. So schaut das aus. Ich muss sagen, bei manchen Kästchen ist der Karton schon ein bisschen verbogen. Das finde ich jetzt nicht sehr toll. Und da haben wir ein... Was ist das? Mind Tank Gleanser. Ein Zungenreiniger ist das. Oh mein Gott. Was braucht man sowas? Oh mein Gott. Na ja. Na ja. So, Nummer 11 haben wir in der dritten Lade. Ganz unten rechts. Und da haben wir von Elemis was drinnen. Und zwar ein Dynamic Resurfacing Facial Wash. Also so ein Waschgel ist das. Das hat schon einen guten Wert und ist schon... Das habe ich noch nicht ausprobiert. Ich habe aber schon ein anderes Waschgel mal ausprobiert und eine Creme. Lade. Das ist ein richtig großes, aber fühlt sich an, wie wenn nichts drinnen wäre. Da ist auch fast nichts drin. Aber wir haben von Mi... Mi... K... 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 Da haben wir eine Tube drin, und zwar von Jutsu Organic Tangent GC, eine Handcreme. Handcreme kann man auch immer gut gebrauchen, vor allem in der Winterzeit. Ich habe gar nicht mehr so viele Handcreme, ich habe eigentlich nur eine offene und eine geschlossene, aber das ist eine große, die ist von DAF, so eine All-Over-Creme ist das. So, Nr. 15 haben wir in der zweiten Lade. Die Tabung auch nicht so toll. So, das ist die Nummer. Also ein sehr schmales Schächtelchen. Und da haben wir drinnen ein Lippenöl von Comedox, das hatten wir schon mal. Das ist so ein schönes, orangenes Lippenöl, und das hat mir richtig gut gefallen, muss ich sagen. Das ist ein gutes. So, nun geht's weiter, ja, kann ich mal reden. Nun geht's weiter mit der Nummer 16. Und zwar schaut das so aus. Da haben wir Just Shut Up and Sun Kiss Me. Das ist von B10, ein Medium to 10 Gradual Tan Lotion, also so eine Body Lotion, die was so ein bisschen eingefärbt ist, von mittel zu dunkel. Es ist halt immer sehr schwierig, wenn man solche Sachen reingibt, weil es gibt sicher auch helle Häutchen. Was machen die damit? Das ist halt dann auch nicht so toll, ne? So, die Nummer 17 haben wir in der ersten Box ganz rechts außen von oben bis unten so ein richtig großes Schächtelchen. Und da ist wirklich wenig drinnen. Da ist von GOSH eine Mascara, die Wonder Volume Mascara in Black drinnen. Und daneben ist gleich einmal die Nummer 18. Eingezwickt genau da unten. Die Ecke war eingezwickt. Nummer 18. Und oben auch. Also ich finde, das ist nicht gut gepackt worden. Da haben wir von Avant das 8 Hour Red Texturing and Antioxidizing Hyaluron Facial Serum drinnen. 30 Milliliter. Und das habe ich auch schon, ich glaube, zwei oder dreimal im Backup. Ist natürlich, haut den Wert natürlich irrsinnig rauf. Also das ist ganz klar. Aber viele finden das gar nicht so gut. Also ich habe es schon gerne benutzt und habe es auch gut vertragen. So, die Nummer 19 ist in der dritten Lade drinnen. Puh, das ist schwer. Ist so narrisch. Hört's das? Das ist sehr schwer. Steht kopfüber. Ein von Hiccup. Ein Micellentoner. 100% vegan für alle Skin-Typen. Also für alle Hauttypen ist da drinnen. Der Rest steht... Ah ja. Feuchtigkeit spendendes und reinigendes Micellenwasser und Tonen an. Reinigt sanft, beruhigt und hilft das pH-Gleichgewicht der Haut wiederherzustellen. Morgens und abends als abschließenden Pflegeschritt verwenden. Befeuchten Sie ein Wattepad und streichen Sie damit über das Gesicht. Wiederholen Sie den Vorgang, bis das Wattepad-Zauberblatt nicht abspülen. Mit Serum und oder Feuchtigkeitscreme abschließen. Genau, das ist ein Toner. Aber normalerweise sollte man ja mit Micellenwasser auch abschwemmen. Ich weiß nicht, inwiefern das dann so gut ist. Aber sowas würde ich eh nicht verwenden. Dann haben wir gleich einmal in der Mitte die Nummer 20. Schaut so aus. Und da haben wir auch ein Produkt, was wir schon kennen. Das habe ich glaube ich schon zweimal leer gemacht. Von Balance Me. BHA Exfoliation Konzentrat. 50ml. So schaut das aus. Das soll man halt auf sein Wattepad geben. Und ja. Und nicht abschwemmen auf alle Fälle. Die Nummer 21 haben wir dann gleich rechts oben. Jetzt ein kleineres Tüchchen. Immer wenn das schlecht rausgeht, dann hat sich da irgendwas... Okay, in dem Fall geht's. So, die Nummer 21. Wir sind schon in der Weihnachtswoche. Und da haben wir einen Nagellack von Zaka Beauty. Nail and Cuticle Oil. Also ein Nagelöl. Wenn ich das richtig gelesen habe. Ich denke, das ist ein Nagelöl. Ja, ist jetzt auch nicht so mein Wunschprodukt. So, dann schauen wir, wo die 22 ist. Die haben wir in der zweiten Lade drinnen. Ganz rechts außen. Oh, toll. Ich ziehe das raus und das ist schon so abgerissen. Katastrophe. So. Also ich finde, da hätten sie sich mit dem Einpacken schon mehr Mühe geben können. Und da haben wir eine Maske. Face and Neck Mask. Und so schaut die aus. Eine Gesichts- und Halsmaske ist das. Krass, das ist so ganz groß. Und da ist eine Abtrennung auch für den Hals dabei. Das habe ich so auch noch nie gesehen. Normalerweise ist ja nur die Gesichtsmaske ganz normal. Aber da ist eine richtige... Das ist eine Gesichts- und Halsmaske quasi. Das finde ich irgendwie mal ein bisschen special. Nummer 23 haben wir in der ersten Lade ganz oben. Ist auch ganz leicht. Ich glaube da ist nur ein Stift oder irgendwas drinnen. Mal schauen. Ja. Und was ist das? Das ist von Sandstone Black & Bold Waterproof Liquid Eyeliner. Also ein Eyeliner, ein schwarzer. So, jetzt schauen wir mal. Die 24 ist ja das größte Türchen in der zweiten Lade. So richtig groß und quadratisch. Jetzt schauen wir mal. Da muss ja jetzt der Oberklopper drinnen sein, oder? Dass sich das auszahlt. Und da haben wir eine Creme. Eine... Ne, keine Creme. Das ist von Rodial Retinol Resurfacing Pads. Also so Abschmink-Pads sind das. Ja, also mein Resümee für den Kalender ist... Ich finde ihn nicht gut. Also ja, ich sage mal, wenn man voll nur auf Gesichtspflege ist und gewisse Marken schon mal ausprobieren wollte und nicht die gute Box abonniert hat, vielleicht. Aber ich finde, es sind viel zu wenig Megaprodukte drinnen und die Auswahl finde ich leider nicht toll und es ist schon viel. Für 120 Euro, ja, nee, ist nichts für mich. Also, aber schreibt uns gerne in die Kommentare, wer euch der Kalender gefällt. Habt ihr euch ihn vielleicht schon bestellt oder nicht? Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.